Ich werde nie krank, Schwester. Für den Rest meines Lebens reinige ich Teppiche und fahre Pizza aus. Nein! Sie sind sehr attraktiv für eine Teppichreinigungsfrau. Obwohl, Sie müssten vielleicht mal wieder zum Friseur. Ja, das ist es nicht. Ihr Gesicht? Ja. Wer will den Bakiri? Seien Sie ein Schatz und bringen Sie mir beides. Ihnen ist aber schon klar, dass ich wegen der Teppiche hier bin. Sie sind gefeiert. Ich wette, Sie haben in Ihrem ganzen egozentrischen Leben noch nicht einen Tag gearbeitet. Ich brauche meinen Staudsauger! So ein Arschloch. Jetzt schulde ich der Firma 3000 Dollar. Und ich wurde gefeuert. Hassereiche Menschen, Sie kommen immer davor. I'll be enjoy life! Ich weiß nicht, welcher Tag heute ist. Ich kenne nicht mal meinen eigenen Namen. Amnesie. Genau hier in unserer kleinen Stadt. Das ist der Mann. Ich habe eine Idee. Denn es geht hier um ausgleichende Gerechtigkeit. Ich bin hier, um meinen Mann abzuholen. Du bist doch meine Frau. Auf Gedeih und Verderb, Baby! Ich bin arm? Ja. Warum sehen Sie mich nicht endlich? Also often wir einen Samenspender. Ich bin unfruchtbar. Was mache ich beruflich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nie auf dem Bau gearbeitet habe. Es wäre besser, wenn du mich was anderes... Schuldgurt entspannt. Hallo, Schatz! Wie war dein erster Tag? Da muss ich graben. Das kann ich... Warum muss er nur deine Arbeit machen? Er babysittet nicht. Glaubst du, er ist ein Perverser? Natürlich nicht. Er ist ein Perverser. Ist egal. Kann ich einen haben? Ich lege mich ins Zeug. Vielleicht erleben wir ein Wunder. Hey! Sag mal, seit wann kannst du ohne Stützräder fahren? Das hat's mir gezeigt. Er ist hier. Wir sind quit. Ich hab ihn wirklich lang genug ausgenutzt. Der Kerl erfährt, dass er Milliardär ist. Ich glaub, er wird wohl damit leben können, oder? Dad, verlässt du uns wieder? Wir wollen ihn behalten. Pass zueinander, Süße. Baby, tonight is the start of a life. Choo, quiero que tu pongas la... Vamos arriba. Ihr habt mir echt geglaubt, dass wir verheiratet sind. Manchmal kommt man mit einer Straftat eben weiter als mit Ehrlichkeit. Könnt ihr mir den Gefallen tun und das Zeug über die andere Seite bekamen? Loser, 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 nur hablo Ingles. Ich rede mit Bobby. Si, Bobby. Das mach ich gern.